Strahler, Leuchtstoffröhren, rhythmische Lichtquellen, Licht in Reinform. Licht als Material für die Kunst ist eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts dabei. Seit den 60er Jahren wurde es verstärkt verwendet. Es gibt diese Geschichte, dass Dan Flavin am 25. Mai 1963 in den Baumarkt ging, dort eine Leuchtstoffröhre kaufte und die dann im 45-Grad-Winkel an die Wand in seinem Studio gehängt hat. Manche Lichtquellen sind sehr nervös, also sie pulsieren, sind eher unangenehm zum Betrachten, während andere den Raum komplett eintauchen mit Farbe und andere sich eher so ganz flächig zurückhaltend bewegen. Wir stellen uns natürlich die Frage, was passiert, wenn eine Glühbirne kaputt geht? Es kann sehr schwierig sein, Ersatzteile oder speziell Ersatzlampen zu beschaffen für die Werke, weil diese Lampen einfach nicht mehr industriell hergestellt werden. Und das Werk von Otto Piene ist hier sehr spannend. Das ist eine schwarze Metalltonne, die steht in der Mitte des Raumes. Und in dieser Tonne ist eine sehr spezielle Glühlampe aus dem medizinischen Bereich verbaut. In der Tonne selbst sind Löcher in Form des Schriftzugs Fire. Das heißt, wir haben eigentlich eine Projektion des Glühdrahts an der Wand, weil diese Löcher im Prinzip wie eine umgedrehte Lochkamera funktionieren. Wir haben versucht, diese Lampen durch LEDs zu ersetzen, aber das Muster, was erzeugt wird, hat nicht diese Feinheit, wie es aktuell der Fall ist. Und es gibt noch Restbestände, die man im Netz finden kann, aber da ist es oft nicht so einfach ranzukommen. Bei dem Werk von Nobel und Webster sind so Spezialglühbirnen, die oft in Backöfen eingesetzt wurden. Jeweils über 200 Stück pro Dollarzeichen. Durch das Blinken dieser Glühbirnen gibt es eine stärkere Abnutzung. Das heißt, im Laufe der Ausstellung werden einfach doch sehr viele Lampen ausfallen. Und auch hier konnte ich schon um die 30 Lampen als Ersatz beschaffen. Aber hier bin ich noch in der Recherche, weil das wahrscheinlich nicht für die Ausstellung reichen wird und bestimmt auch nicht für die nächsten 20 Jahre. Wir zeigen eine Entwicklung innerhalb der Lichtkunst. Das heißt, von den 1960er Jahren mit sehr ursprünglichem Material bis heute. Von 15 Künstlern und Künstlerinnen 21 Kunstwerke mit Licht. Von 15 Künstlerinnen 21 Kunstwerke mit Lichtverband von 15 Künstlerinnen 21 Kunstwerke mit Lichtverband Vielen Dank.